Karin Breuer Ich bin Karin Breuer von der Landjurin Oebersauer. Ich bin die Präsidentin des Vereins. Ich habe schon relativ viel mit der Organisation von unserem Tournei-Autoball-Hautheids-Wolst-Dinn. Die DDR-Sammlung am Verein entstanden schon vier Jahre, weil wir Autos begeistert haben, die nicht am Fernseher gesehen haben. Wenn wir mit der Idee kommen, wir haben ein paar Jahre darüber gesprochen, dann haben wir uns zusammengeholfen. Das ist der Autoball, drei gegen drei. Mittlerweile haben wir zwei gegen zwei Rauf gesetzt, weil sonst aber ein bisschen zu viel Trafik bei uns im Terrain haben wir aus. Und da geht es wie beim Fußball darum, so viel wie möglich Skola zu schiessen.